das ist ein Problem du bist und er hat die Medizin auch für 34 Jahre ich hab halt diese komische Messer auch hier Sauber es wird irgendwie nicht so spannend also es ist erst die Folge ziemlich langweilig ja also voll öde der erstes ich glaube bis jetzt ein bisschen mehr witzig sein okay ich noch mal hier neben um weil wir haben eh zu viel ja ich glaube ich nehme ja auch bei e-mail ja nur fast so gut wie 6 spannender sind langweilig ich hab ja nur den Rücken geschlagen mit meinem Gewehr gestorben ähm wir hätten spannender machen können wie jeden schwer wir hätten schlechtere Waffen nehmen können ja wir hätten auch schwer stellen können er wieder den Kiel kriegst er zwei Jahre dumme Sau ich muss oder was die 5 Sprintsprung gemacht hast hier irgendwo ist ein Fenster hier ist die Skaha well ich hab grad ich hab auch eine Skaha gerade Leute ist die Gitarre ist aber kacke die die Skaha ist kacke ja finde ich schon mal ab da ist er noch mal ich hab gar nichts drin so ist der Raum hier Loll voll sinnlos irgendwie schon da wo ist der Schmerz hat voll die Breitheit abbekommen gerade gesagt wo ist der Scheiß das war DL war der bei der Marke aber das ist blöd der Freude Messer hat einmal drauf sei das ist kein Messer aber nicht groß auf dem Bus oder er muss ja noch so war woher haben wir überraschen sie sind hat eigentlich aus der Regel warte das wird sich okay Lois ich kenne menge spannendere dinge oh gott kacke ich voll ins feuer gebrügel erhielt was der smoker gott wie dumm warte ich ich hatte ihn und so nicht zu danken nicht zu danken ich habe den smoker gekillt wenn ihr okay ja ich habe aber passiert ja ein scheiß hast du gemacht doch der schade ich können auch hier ist ne m 14 sauber oja m 14 junge oder m 16 also was irgendwie so so gar nicht doch das ist echt das ist echt in den moment also das ist ein der vor aber wenigstens kommt so ein bisschen spannung dringend im gruner war ich hatte das spaßige ein Mann wir müssen ernsthaft auf schwer stellen gleich aber das was ich glaube ich abgefackelt vielleicht ist das auch einfach nur ein ultraleichtes spiel nein nein das glaube ich nicht ich wüsste gern wo es hingeht ich wüsste gern mal an die andere richtung hier hoch schätze ich mal in die andere richtung passen da sauber packe ich mir mal eine ja mach mal steck mir mal das adrenalin hinter dir ne hier sind überall welche hier überall auf die rinne anklage ist aber überall welche neun von den tschock ist eigentlich nicht gitarre scheiße hand auf dich ey ja ihr händen woanders hin ich habe mich mal eben und sauber jetzt geht's gut ja fast gelogen boah er braucht ne gitarre so abwechslungsreich alles ne ist so okay andere richtung ich bin in coming irgendwie schon voll öde das öde ist so was ich je gesehen hab auch hier oder nein okay in den Tunnel hier oh oh fuck ach du kacke ach du scheiße Scheiße René wie das gegeben hat wie der Eis alter heftig wie der Ankerrad kam ja genau so macht man das oh Gott wie dunkel das hier ist ist so Fluchland eisenkalt eh tja alter wie dunkel das hier ist ist so ich weiß gar nicht wo es hingeht hier 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 ich mach ich schieß mal ja dann könnt ihr es sehen ich glaub da das kann ja wohl nicht wahr sein alter okay nicht die Autos abballern extra jetzt extra mohahaha super Leute wer hat da drauf geschossen ach hat ihr es war im ernst dann kaputt ich habe in die richtung geschossen man nein ich meine es wurde langweilig hier also es ist mal schön ja ich weiß ich weiß ich weiß deswegen habe ich auch mit Absicht auf das Auto geschossen ach so das warst du mit Absicht ja die Komma aus der Kreditation schluss was ist also das war bisher die Hilfe 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 ja ich komme ja schon das war bisher die wittigste Situation das hat ich habe ein es ist auch wach hat er hat sich kann jetzt nicht okay jetzt kann nicht da hinten das sind zwei Autos ne das sind zwei Autos sauber 0 Muni auf mit dem Schwert Florent geht eiskalt nach vorne ja sauber die läuft sogar noch die Treppen runter ich frage mich wie die das können ach so kacke ach so kacke oh passi aber wie ich vergruppe der da liegt ich häng mal ein bisschen ab die kommen ja alle hoch sie ruch oh scheiße Rochelle ist aber ahnlos ja lass die verrecken guck sie dir aber ahne Rene lass die verrecken lass die verrecken wir müssen sie mitnehmen lass die krack mal lass die verrecken ich hab Molotov schnell wirf aber nicht genau auf Rochelle Nata ok die ist tot lass den Rohr ich werd sie retten oh ok die ist echt tot wir hätten echt den Defibrillator mitnehmen sollen oder wir hätten sie retten ak wir hätten sie retten können Leute ak du hast gerade gesagt hier liegt ne ak das ist nicht fair wir hätten sie retten können oh na oh na ak nein durchhaltig ok ne ich nehm Pillen oder sowas oh yeah ähm was denn ich hab grad vor den Back ich glaubste seit die ganze Zeit das ist Pech was ist ja dann drück nochmal auf die Taste auf welche Taste ich hab' ich hab' ich hab' die Taste oh 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 ja Pasi gute Idee wieso kommt der Zoo Pasi bei der Runden Kursi hindert das auch die Flo ich hab'n Hunter auf ich versuche mal so das Level zu bestreiten ne nein versuchst du nicht oh wir können Rochelle retten hier sind auch äh Leben und so äh hier ich nehm' mir aber was hey hast du ne Idee wie ich das ausmachen kann nein Kauf dir neuen PC auf welche Seite läufst du denn auf links dann hau' einen auf deine A-Taste oh ja ok oh der Fried oh ich hab' danke Pasi was war da los ey ja deine A-Taste hat sich festgehauen Idiot hätte man sich auch denken können ähm der chillt der jetzt mal ab bei den Gräbern von der Grabständer ey das ist unchristlich ey ach ja der Simon ist ja jetzt mal wieder nicht dabei deswegen konnte ich auch mal darüber reden wir werden jetzt auch mehr äh Simon ist nicht dabei so ja du kannst du jetzt auch wieder alleine machen ne A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A so soll ich dich ein bisschen schlechter mit spannender wird nein bitte nicht ey das ist viel zu einfach ich glaub's nicht das macht irgendwie ein bisschen wütender ganz im Ernst ne so ein zombies nach einem Schuss tot also ich würde sagen dass wir als nächstes Level auf schwer machen würde ich auch sagen Wahnsinn war das schwer das war ja mal die heftigste Welle aller Zeiten quatro sogar mal das war revisistä Grau da ne nämlich ab du Arsch leck mich ich hab doch nicht mal angezeigt dass ich dich getroffen hätte ich auch nicht damit du bekommst und du hast auch nicht geballert ich hab auch auf dich geballert aber ich hab nicht auch gott eine witch ach das war ne witch oh ja Spannung stirb oh die ist schon tot jetzt war im Ernst ne war ich da drauf weil dann so aber ich hab noch genau 3 Schuss ah man das ist voll öde boah noch 3 Schüsse heftig die alle verreckt gerade Challenge Acceptance was ist hier tolles stirb oh fail oh ja ob das sei war okay ich halte mich noch einmal und auch in den Schick ja gerade ich habe ich kurz gehalten das hat doch kein Thema das doch hier drin nein ich hab's draußen gemacht sehr schlafen ok mach ich Vielen Dank.